Nächstes Heimspiel Samstag, 13 Uhr gegen Eintracht Braunschweig. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle wieder zahlreiche Stadion kommt, so wie gegen HSV, die Stimmung war Bombe. Wir brauchen eure Unterstützung, ihr auf dem Rasen, ihr auf den Rängen. Ich hoffe, wir sehen uns im Stadion Samstag, 13 Uhr. Eintracht Braunschweig.